Stellen Sie sich einen typischen Präsenzworkshop vor. Da wechseln Sie die Arbeitsformen, stellen Fragen an Ihre Teilnehmerinnen und wenn es Ihnen spontan nützlich erscheint, nutzen Sie auch die PIN-Wand oder das Flipchart im Raum. Warum sollte das bei einem Webinar oder einer Live-Online-Veranstaltung anders sein? Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen Beteiligung mit Sichtkontakt, mit internen Tools, also Funktionen, die das jeweilige Videokonferenzsystem direkt bietet, und mit externen Tools, die zum Beispiel frei im Internet verfügbar sind. Schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten es gibt, die mit Sichtkontakt umgesetzt werden können. Das Verwenden von Handzeichen ermöglicht einen nonverbalen Austausch, der den Sprachkanal entlasten kann. Man kann zum Beispiel Handzeichen vereinbaren, um sich zu Wort zu melden, anderen zuzustimmen oder ein Signal an die Sprecherin zu senden, zum Beispiel bitte lauter sprechen. Beispiele für Handzeichen finden Sie unter diesem Link als PDF-Download. Ähnlich funktionieren auch die Moderationskarten. Da gibt es vorgefertigte Kärtchen, die man sich ausdrucken kann, zum Beispiel um Zustimmung zu signalisieren, auf Störgeräusche hinzuweisen und so weiter. Unter diesem Link kann man die Kärtchen herunterladen. Ein Tipp dazu für Moderatorinnen und Moderatoren, einigen Sie sich schon vorab mit den Teilnehmerinnen auf einige wenige Kärtchen. So behalten Sie nämlich später leichter den Überblick. Eine weitere Möglichkeit für die Beteiligung per Sichtkontakt ist die manuelle Höhenangabe. Ich frage zum Beispiel meine Teilnehmerinnen, wie viel Vorerfahrung sie schon haben. Hand hoch heißt viel Vorerfahrung, Hand tief eher weniger. Für die Post-it-Methode brauchen alle Teilnehmerinnen farbige Post-its. Die Moderation bietet zuerst alle Teilnehmerinnen, ihre Webcam mit dem Post-it abzukleben. Dann wird eine Frage gestellt, zum Beispiel wer hat schon einmal selbst eine Online-Veranstaltung moderiert. Alle, die diese Frage mit Ja beantworten, nehmen ihr Post-it ab und werden damit für alle sichtbar. Man kann jetzt noch die Frage diskutieren und wenn man fertig ist, das Post-it wieder ankleben und zur nächsten Frage weitergehen. Kommen wir als nächstes zu den Beteiligungsmöglichkeiten mit internen Tools. Programme wie zum Beispiel WebEx, Zoom oder Microsoft Teams haben oft standardmäßig Kommunikationsmöglichkeiten integriert. Bei den meisten Videokonferenz-Tools gibt es eine Chat-Funktion, mit der man Nachrichten an alle oder nur an einzelne Teilnehmerinnen senden kann. Das eignet sich zum Beispiel für Abstimmungen oder um Links zu sammeln. Oft kann dann der Chat im Nachhinein als Chat-Protokoll exportiert werden. Mit einem integrierten Umfragetool kann man zum Beispiel einfache Ja-Nein-Abstimmungen oder auch Multiple-Choice-Umfragen durchführen. Auch eine Möglichkeit, den eigenen Bildschirm zu teilen, ist bei den meisten Videokonferenz-Tools enthalten. Genauso wie auch ein Whiteboard, auf das alle Teilnehmerinnen schreiben können. Damit kann man zum Beispiel Wortmeldungen oder Ideen sammeln und klastern. In großen Webinaren ist die Nutzung von sogenannten Breakout-Rooms sehr effektiv. Dabei wird die große Gruppe kurzzeitig in mehrere Kleingruppen aufgeteilt, zum Beispiel um ein Thema auszuarbeiten. Und später kommen dann alle wieder zusammen und besprechen gemeinsam die Ergebnisse. Auch die Status-Icons, die in manchen Systemen angezeigt werden können, kann man als Kommunikationsmittel nutzen. Zum Beispiel, indem man fragt, können wir zum nächsten Punkt weitergehen? Ich bitte um einen Daumen nach oben. Und im Vergleich zur Chat-Funktion hat die Verwendung der Status-Icons den Vorteil, dass man in der Teilnehmerinnen-Liste dann auf einen Blick sehen kann, ob schon alle abgestimmt haben. Soweit zu den internen Tools. Aber was ist, wenn ich ein Videokonferenz-Tool nutze, bei dem nicht alle Funktionen integriert sind? Dann habe ich die Möglichkeit, externe Tools zu nutzen. Und diese zum Beispiel über einen Link im Chat oder über die Bildschirmfreigabe einzubinden. Umfragen oder Quizzes kann man zum Beispiel mit dem Tool Slido erstellen. Man kann dort auch Fragen von Teilnehmerinnen vorab sammeln oder live sichtbar machen. Mit dem Tool AnswerGarden kann man eine Frage an die Gruppe stellen und die Antworten werden dann in einer großen Wortwolke gesammelt. Um während eines Webinars mitzuschreiben oder Ideen festzuhalten, eignen sich Texteditoren wie zum Beispiel Board.net, EduPad.ch oder CryptPad. Jamboard ist ein Tool, das man als Whiteboard-Ersatz gemeinsam mit den Teilnehmerinnen nutzen kann. Zum Beispiel, um wie hier gemeinsam ein Format zu planen. Mit Padlet kann man gemeinsam interaktive Boards erstellen und beispielsweise auf einer Landkarte sichtbar machen, wo sich die einzelnen Personen befinden. Und als Ersatz für Breakout-Rooms kann man einzelne Gruppen in Microsoft Teams anlegen, in denen sich die Teilnehmerinnen während einer Gruppenarbeit untereinander austauschen können. Das war ein Überblick über verschiedene Möglichkeiten, wie man Beteiligung in Live-Online-Veranstaltungen fördern kann. Besonders in längeren Veranstaltungen sollte man darauf achten, diese wirklich regelmäßig einzusetzen. Unser Tipp, etwa alle 10 Minuten einen Aktivierer. So bleiben alle bei der Sache und arbeiten aktiv mit. Wir wünschen viel Freude bei der Gestaltung Ihrer Live-Online-Veranstaltungen. eran-Veranstaltungen auch die Regelinnen und Veranstaltungen, die ER-OME-Veranstaltungen sind bei einer Gruppenarbeit im Auftrag von Willkommen.